Hallo Leute und herzlich willkommen hier bei einem neuen YouTube-Video von mir. Ich dachte, ich zeige euch heute mal meine Make-Up-Routine, weil sehr, sehr viele von euch danach gefragt haben. Ja, ich glaube, bis auf zwei Ausnahmen gibt es eigentlich alle meine Sachen im DM oder im Müller zu finden. Also es ist nichts dabei, wo jetzt irgendwie Probleme damit haben dürftet, irgendwie die zu finden. Falls ihr den Look irgendwie nachschminkt oder so, könnt ihr mich gerne darauf markieren. Der Link zu meinem Instagram ist unten in der Videobeschreibung. Falls ihr weitere Fragen habt oder Wünsche, was ich denn noch für einen Look schminken sollte oder was euch denn interessieren würde, könnt ihr mir das alles gerne in die Kommentare reinschreiben. Ihr könnt mir auch gerne einen Daumen nach oben da lassen, wenn euch das Video generell gefallen hat, dann mache ich sowas öfter. Und ihr dürft natürlich gerne auch den Kanal abonnieren, damit ihr keine weiteren Videos mehr von mir verpasst. Und ich würde sagen, wir fangen direkt an. Und ich würde sagen, wir fangen an. Ich würde sagen, wir fangen an. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020